Du musst noch die Rückseite machen, oder? Ja, bin gerade dabei. Hier wird gefragt, oh fuck, fuck! Okay, wer hat das? Hier wird gefragt, wie geht's? Wie geht's? Uns geht's gut, also mir auf jeden Fall. Ja, mir auch. Wird das jetzt gerade gefragt? Ja. Ja, der Daniel hat ja Geburtstag gehabt. Kann man gar nicht oft genug erwähnen. Ja, gut, wenn das Video erscheint, dann ist das schon ein bisschen länger her. Aber das Lustige ist, Part 53 wurde an deinem Geburtstag hochgeladen und da wurde von deinem Geburtstag auch erzählt, oder weil irgendjemand kommentiert hat, ich habe einen Tag vor der Daniel Geburtstag. Und das Video ist genau erschienen an dem Tag, wo du Geburtstag hattest. Ah, ja. Ja, so, ich brauche mehr rote Wolle, ich bin aber gut vorangekommen, obwohl das, ja, noch ein bisschen... Ja, jetzt hast du die Arme zu weit nach unten gemacht. Ja, wie jetzt? Du musst auf die gleiche Höhe wie meiner. Egal, das sehen wir dann gleich. Naja, in erster Linie wollen wir, dass alles gut aussieht und... Und das tut es doch teilweise. Ja. Risiko, yeah. Na toll, ich mache natürlich wieder Sachen in ihrem Dunkeln rauszugehen. Und diesmal darf ich nicht vergessen, ich habe hier eine Leiter gebaut. Aber das ist ja schon stylisch. Also, Felix hat mich auf die Idee gebracht, weil er hier ein kleines Holzfützchen gebaut hat, dass wir hier unten ein kleines Dörfchen machen können und ich wollte immer mal eine Windmühle bauen. Sieht bestimmt stylisch aus dann. Ich habe den Chat übrigens aus, weil... Ja, es haben halt ein paar, haben ein bisschen übertrieben und haben nur Scheißsachen gefragt und ein paar Schimpfwörder. Ja, haben das nicht ganz so ernst genommen, wie das eigentlich sein sollte. Und das ist natürlich immer schade. Ja. Aber solche Menschen gibt es auch und die machen die Welt auch nicht gerade unbedingt viel, viel schlechter, aber die können einfach mal... Ja, aber... Sollten halt mal die Schnauze halten. Es kamen ja auch schon gute Fragen dazu. Genau. Ich weiß ja jetzt nicht, wie es abgeht, haben viele schon kommentiert. Ja, ja, hier permanent. Hier wird gerade hier, Daniel, du hast so eine geile Lache. Aha, okay. Ja, und ich habe mich da ganz und kurz und knapp mal kurz für bedankt. Okay. Finde ich immer wieder amüsant. Ich habe jetzt gerade eben noch... Wer nicht fragt, bleibt dumm. So kommt... Kommt... Gibt Schafe. Gibt Schafe. Das sind viel zu viele. Ich habe das Gehege viel zu klein. Na gut, ich habe die immer vermehrt. Ich habe das Gehege ja auch schon drei, vier Mal vergrößert. Aber die Farbe können wir dann darunter mal locken und dann da ins Gehege machen. Mit den Nerven hier an dem Platz. Ja. Kommt, Schafe, ich brauche roter Woller. Was brauche ich denn nicht? Was brauche ich denn nicht? Blau brauche ich... Brauche ich noch. Ein bisschen. Ich würde es gerade gerne sagen, apropos blau. Aber ich bin gerade hier quasi ein bisschen im Stress. Ich muss ja noch ein bisschen wegrennen. Deswegen, sorry. Ist nämlich dunkel draußen. Bei Daniel sieht alles ordentlich aus und bei Gunnar schweben überall kreuz und quer Erdblöcke. Ja, das ist so meine Herangehensweise, mein Fresser. Aber wenn das ja weg ist, dann kein Problem. Dann sieht man das ja nicht mehr. Hauptsache, der steht nachher. In welchem Part sind wir gerade? Wir sind in Part, glaube, 58. So, ich muss kurz was trinken. Es tut mir leid. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Bitte? Oh mein Gott, ich bin ein Mensch. Alter, jetzt friss doch mal. Bringt das was, wenn ich Wiesen mache? Fressen die dann schneller? Das weiß ich nicht. Das kostet mir viel zu viel Zeit. Aber immer hin und her gehen das auch dumm. Ja, sehe ich genauso. Hier ist die... Was? Verlierer muss ein Schiff für den Gewinner bauen. Schon wieder. Ja, naja. Volkarte kommentiert. Oh, fuck, ja. Geh weg, geh weg, du. Geh weg, du. Oh, 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 oh. Geh weg, du. Skelettmann. Au. Oh, was ist das? Leck. Oh, Errungenschaft, unfassbar. Bitte? Keine Ahnung. Hallo, Zombie. Au. Leck ich eigentlich bei dir? Weil du leckst bei mir ziemlich arg, von der Stimme her. Ähm. Oh, das war ein Creeper. Ne, gerade nicht. Okay, dann ist alles gut. Ja. Ab und zu manchmal, ja, es tut uns leid. Dat, äh, ist nicht zu vermeiden. Dat, äh. Dat, ähm. Ah ja, das war wieder mein Handy, ist mal bestimmt in der Aufnahme gehört. Ach, wo ist das? Das ist dumm, weil wir müssen ja wissen, wie lange wir aufnehmen. So, was habe ich jetzt? Äh, ich habe rote Wolle, aber sehr wenig. Aber ich habe ja noch blaue, dann kann ich in der Zeit, wo ich auf rote Wolle warte, bei den Schafen. Der Verlierer muss den Skin des Gewinners mitten in die Burg bauen, doppelt so groß. Ja, ne, ist klar. Hallo, wir brauchen schon, äh, richtig lange für, äh, allein für den Skin hier. Und dann noch doppelt so groß, nö. Aber ich finde die Kreativität, die hat was. Naja. So, was wollte ich jetzt? Achso, ich gehe erstmal hoch. Ja Gott, jetzt ist mein Weg, der wird immer schlimmer nach oben. So, jetzt muss ich, jetzt muss ich gucken. Also, das sind zwei, vier und zwei nach da noch. Die Schafe machen Gangbang, wenn der Guna da ist. Uiuiui. Ich weiß zwar nicht, was das bedeutet. Jaja. Ups. Ey Guna, wie geht's deiner Nase? Och, nicht schon wieder. Ich glaube, das Thema ist gegessen. Das Thema ist gerochen. Ausgeschnäuzt. Ja, auf jeden. So. Muss ich gucken, wo fängt der Arm an? Ja, Let's Guna, der beste Song von Daniel. Dankeschön. Wir haben teilweise echt schon liebe Fans, gell? Ja, auf jeden. Also, ich finde meine Community oder unsere ist ja, es sind ja eigentlich die gleichen. Community. Community sind da super sexy, auf jeden Fall. Muss echt mal ein Forum oder so aufmachen, wo auch die Leute untereinander schreiben können, richtig. Ja, ich bin stolz drauf, dass ich das geschafft habe. Guna, kannst du rappen? Nein. Ich höre zwar solch Musik, so Musik, aber, äh, nee, das, äh, ich bin sehr unmusikalisch. Ganz ehrlich zu sein. Aber der Dani kann das ja ein bisschen. Das, äh, konnte man ja sehen in seinem Chat-Roulette-Video. Wobei das, äh, naja. Das war, das war in Ordnung, Freestyle. Das, das war, richtig. Ja. 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 Apropos in Ordnung, äh, ja. Ist jetzt, äh, leider out, aber Guna, bau doch mal ein Schiff. Von, äh, GTA. GTA Andy, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Ja, also das mit dem Schiff haben wir, glaube ich, schon. Ja, mal schauen. Ein Schiff, okay. Noch nie gebaut. Aber man weiß nie, so. Äh, ich glaube hier noch eine Reihe. Also ich habe nichts falsch gemacht. Das Schiff ist ziemlich beliebt, das wollen anscheinend viele. Ja, schon schon. Sollte man mal drüber nachdenken. Anscheinend hat es, hat es derzeit, äh, baut es derzeit ein gewisser G-Punkt. Daniel und Carl Guna, ja, könnt ihr rippen. Die Frage ist schon beantwortet. Könnt ihr jetzt Fallout-Land-Skin und alles kaputt machen? Ja, ich habe TNT dabei. Echt jetzt? Woher hast du TNT? Hast du gemacht? Ja. Creeper getötet und ich habe Sand. Also so schwer ist das nicht. Ja, natürlich, aber wozu? Hast du irgendwas vor? Ich habe, ich habe nur gedacht, wer hat der hat. Und ich habe eigentlich, dass, dass wir vielleicht demnächst mal wieder, äh, ein bisschen Mienchen reingehen. Stimmt. Oder muss ich mir Sorgen machen und irgendwie, dass du irgendwie bei Al-Qaida gelandet bist? Äh, ähm, dürfte ich dann auch nicht sagen, weil, nee. Ja, das ist ja auch ein bisschen dumm. Die haben gesagt, selbst wenn, dürfte ich... Fabi, da ich kenn Musik. Der Daniel ist der Beste. Ha. PS, Daniel, rapp doch mal. Daniel kann alles gut, was mit Musik zu tun hat. Oleg, ihr seid. Ihr. Ja, er kann flöten. Voll nett. Jetzt spontan nicht, nee. Aber, äh, ja. Ich will nicht so viel verraten, aber ich habe musikalisch noch was geplant in nächster Zeit. Ja, freu dich drauf. Wird sehr erotisch. Das müsste stimmen. Sonst holt mich der Teufel, wenn das nicht stimmt. Und da ist er auch schon. Schnauze. So. Du bist fast fertig, kann das sein? Ja, ich bin in der... Scheiße. ...Endphase hier. Scheiße, ich bin nicht mal da. Ja, aber ich muss nochmal Wolle holen. So ist es jetzt nicht. Ja, da war wie immer mein Handy. Die Scheißfresserei geht mir auf den Sack. Oh, danke, dass du mich erinnerst. Ich muss essen. Hast du was dabei? Ja. Scheiße. Ja. Kriegt da jemand, äh... Hat da jemand die Buchse voll langsam? Nee. Äh, nee. Aber ich muss jetzt wieder runter. Ich mach schon seit zwei Monaten nicht mehr in die Hose. Moment, ich muss... Oh, schon seit zwei Monaten? Wow. Großer Junge. Jetzt muss ich warten, bis meine Herzen wieder voll sind, weil ich muss zum kleinen Jumpwagen... Wagen? Fagen, ja. Ich spring jetzt einfach mal. Das war auch dumm, dass ich vorher noch gesprungen bin. So. Okay, so langsam geht auch, äh... Der Akku von meinem Handy leer. Das heißt, wir müssen jetzt hier mal... Irgendwie musst du auf die Uhr gucken. Warum ist dein Rücken ganz schwarz, oder was? Also natürlich, du hast ja einen Umhang. Tja. Wie ein Batman-Baby. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Doch, doch. Durchaus. Einmal. Zweimal. So, ich muss, äh... Oh, nee, das war dumm. Fast selbst getildet. Ich muss, äh... Rote Wolle besorgen und... Eigentlich nichts mehr. Ich brauch nur... Doch, weiße Wolle brauch ich noch. Schwarz ein bisschen. Blau. Blau, ich glaube, ich brauch keine blaue Wolle mehr. Doch, einen, glaube ich noch. Aber ich hab noch. Das heißt, erstmal blaue Schafe umfärben. In... In Rot. Weil da brauch ich noch am meisten. Sonst dauert das jetzt hier zu lange. So. Ich mach jetzt fertig. Echt jetzt? Ja. Bist du bei deinem Skin? Ich geh jetzt grad rüber und mach fertig. Scheiße. Alles dabei. Shit, shit, shit. Alles am Start. Äh, was brauch ich nicht mehr? Blaue Wolle brauch ich nicht mehr. Blaue Wolle... Mann, ich hasse es in die... Direkt an der Tür stehen. Nee, brauchst dich gar nicht aufregen. Ist gleich fertig jetzt hier. Ist vorbei quasi. Sicher? Jemals hat sich das aber noch anders angehört. Hier wird grad geschrieben, der Felix gewinnt. Hä, was? Der gewinnt doch gar nicht. Der macht doch gar nicht mit. Das kann natürlich auch sein. Du machst gar nicht fertig. Du musst noch den Kopf machen. Und ich bin schon am Kopf. Also hier. Ja, und ich... Ich muss da jetzt nur noch hoch machen und kurz den Kopf machen. Ist kein Ding. Ist erledigt. Das würde ich jetzt nicht so sagen. Gib mir rote Wolle. Scheiße, das ist nicht genug. Ich brauch mehr rote Wolle. Scheiße, jetzt hab ich keine... Fuck. Komm, gib Wolle, ihr Scheiß. Guna hat eine 35-prozentige Chance zu gewinnen. Was ist das denn? Das ist doch gar nicht. Wurde da gerade geschrieben. Rot. Rot, rot, rot. Rote Wolle.